Willkommen zurück zum Athletes Room Podcast. Heute wieder eine neue Episode mit einem Gast aus der Fußballwelt. Unser Gast hat in der Vergangenheit bereits bei ETV, die Hamburger werden es kennen, gespielt, als auch Holstein Kiel, Werder Bremen und spielt aktuell auf Leihbasis beim BVB. Wir dürfen uns heute sehr freuen, dich hier willkommen zu heißen, Justin und Jinma. Das geht. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit erst mal schon vorab. Du hast mir ja schon im Vorweg so verraten, dass du unseren Podcast ein bisschen verfolgst. Und wir starten ja mal rein mit unserer Kategorie Pulling Back the Curtain. Von daher werde ich jetzt mal dir zwei Zeitungsartikel, die wir rausgesucht haben, einfach die Headline vortragen und dann kannst du es mal einsortieren. Wir fangen mit dem ersten an. Und das war irgendwie so die, die ihr uns am meisten gecatcht hat. Bremer Leihspieler mit Profipremiere beim BVB. In Jinma stürmte mit Reus und Modest. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wenn ich es gerade so höre, kann ich es selber noch nicht glauben. Ja, es ist halt schon ungewöhnlich, dass ein Leihspieler eigentlich von einem, ich sag jetzt mal, einem Verein kommt, der nicht so, also zu dem Zeitpunkt war Bremer noch in der zweiten Liga. Und dass man dann sein Debüt in der Bundesliga macht für den BVB, was natürlich, also ich glaube in Deutschland nach Bayern so der zweitgrößte Verein ist. Es war schon krass für mich persönlich als Hamburger Jung. Es war für mich alles neu. Generell die ganze Fußballwelt ist für mich auch noch neu, das ganze Profi-Leben. Und ja, es war krass, dann auf einmal mit Bellingham Modest und Reus auf dem Platz zu stehen. Das kann sich, glaube ich, jeder Fußballer vorstellen. Wir werden ja auch noch so ein bisschen auf deine Geschichte ein bisschen mehr eingehen, dass es ja auch echt so ein krasser Sprung war. Es war ja jetzt nicht, dass sich das so langsam aufgebaut hat, sondern es ist ja schon relativ schnell in den letzten Jahren passiert, dass du dann diesen, also ich nenne es jetzt mal schon, ist ja ein Erfolg für einen, dass es ja ein Traum in Erfüllung geht. Definitiv. Von daher können wir dazu natürlich gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen, wie es auch in dir drin so ein bisschen aussah, was Mindset etc. angeht. Bevor gleich der zweite Artikel kommt, bevor ich es nämlich vergesse, wir müssen heute nochmal kurz ein kleines Shoutout an Hisway geben. Er ist leider verhindert. Er ist immer relativ stark eingebunden bei den C-Devils. Nur, dass die Hörer sich jetzt nicht wundern, dass seine Stimme nicht direkt am Anfang kam. So Justin, zweiter Artikel. Werder holt einen Jinma von Holstein-Kiel? Zitat, möchte Sprung nach ganz oben schaffen. War das so ein Wendepunkt für dich? Definitiv. Das war halt, jeder kennt die Sache mit Corona, die dann auch im Fußball sehr stark war die letzten Jahre und das war halt die Zeit. Ich glaube, da habe ich vier Spiele gemacht in der Regel bei Kiel. Dennoch hat mein Berater es irgendwie geschafft, mich da zur U23 von Werder zu bringen. Und klar, mit der Aussage, also die Aussage spricht für sich, ich wollte den Sprung nach oben schaffen. Ich will immer noch den Sprung nach oben schaffen und das habe ich mir so vorgesetzt, also als Ziel. Sehr cool. Ja, wir sind sowieso noch auf die Geschichte gespannt, wie dann dieser ganze Wechsel zustande kam und wie du dich auch in dieses Umfeld dann akklimatisiert hast. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so der Sprung von Kiel 2 zu Werder Bremen ist doch nochmal ein ganz anderes Umfeld. Da werden wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben so eine Tradition jetzt seit drei, vier Folgen, dass der letzte Podcast-Gast demnächst eine Frage stellt. Und ich werde dir die mal abspielen und dann sind wir auf deine Antwort gespannt. Welche Situation hast du am meisten gelernt von? Welche Situation habe ich am meisten von gelernt? Genau. Also sein dänischer, sehr sympathischer Dialekt-Akzent war ja nicht rauszuhören, aber du hast die Frage richtig verstanden. Welche Situation habe ich am meisten gelernt? Ich glaube, da kann ich direkt eine kleine Story auspacken. Das war dann, als ich bei Bremen war, in der Sommervorbereitung, wo ich quasi neu angekommen bin und ich die komplette Vorbereitung nicht getroffen habe. Und wir danach, kurz vor Saisonstadt, so ein Gespräch hatten mit dem ganzen Trainerteam. Und da saßen wir in einem Raum mit dem Trainer und dem Co-Trainer und halt noch sieben andere Spieler. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber es waren jetzt halt alle Spieler, die halt auf keinen Fall in der Stadion standen. Und ich war halt gerade hier in einem Raum und die Trainer erzählen uns, dass es einfach nicht reicht für die Startelf. So. Und ab dem Moment wusste ich, okay, jetzt, ich kann keine halben Sachen mehr machen. Diese geht jetzt einfach nicht mehr. Ich bin aus Kiel gekommen, aus Hamburg, GTV. Jetzt habe ich die Chance bei Werder zu spielen. Und ich habe in der Vorbereitung einfach nicht alles gegeben. Und das war der Moment, in dem ich realisiert habe, okay, ich muss einfach Gas geben. Ich muss einfach jetzt zeigen, was ich kann. Das war der Wendepunkt. Und in der Situation hat sich, würde ich sagen, für mich vieles verändert. Vielleicht auch, also ich finde schon mal die Geschichte super inspirierend, vielleicht auch für junge Nachwuchstalente. Wie hast du es geschafft, den Trainer dann zu beeindrucken oder zu überzeugen mit deiner Energie, dass du es in die Startelf verdient hast? Das ist eine gute Frage. Ich kann sie ganz einfach erklären. Und zwar einfach, indem ich gezeigt habe, warum ich spielen muss auf jeden Fall. Jeder hat seine eigenen Stärken. Und man muss halt seine Stärken. Ab einem gewissen Punkt in der Jugend beim ETV, Bruder, man hat einfach auf Chilaui gespielt. Du kennst diese doch. Man hat auf Chilaui gespielt. Das hat einen alles gar nicht geguckt. Immer mit 25er von Holzenstraße bis Schulweg. Aber ab einem gewissen Punkt musst du halt einfach wissen, dass nur noch die Leistung zählt. Und zu der Frage nochmal zurückzukommen, wie zeigt man es dem Trainer, dass man nicht spielen muss. Ich habe das in dem Fall so gemacht, dass ich wusste, was meine Stärken sind, aber ich habe sie noch nicht richtig gezeigt. Also ich wusste, die Trainer wussten es auch ansatzweise. Ich habe es vielleicht mal im Training gezeigt, aber nicht konstant. Und in dem Fall war meine Stärke mein Tempo. Und ich habe sie viel zu selten eingesetzt. Und ich habe einfach versucht, in jeder Situation meine Stärke bestmöglich einzubringen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für junge Spieler, die wissen wollen, wie sie Trainer überzeugen können. Einfach mit ihrer Stärke. Die versuchen, so best wie möglich einzusetzen. Die Stärken zu 100 Prozent zu deiner Waffe zu machen. Und dann kommt auch kein Trainer an dir vorbei. Mega. Gefällt mir schon sehr, sehr gut die Antwort. Grundsätzlich vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu. Würdest du auch sagen, nach diesem Weckruf hat sich auch deine Energie bei jedem Training verändert? Also du hast ja eben schon gerade Geschwindigkeit angesprochen. War es dann vorher so, dass du vielleicht auch mal einen Lauf weniger gemacht hast? Oder vielleicht nur mal mit 70 Prozent in den Zweikampf gegangen bist? Oder wie hast du da dann nochmal mehr Gas gegeben? Ja, das war schon so. Also ich bin auch, da bin ich auch ehrlich, man hat wie gesagt lange bei ETV gespielt, auch bei Kiel in der U23 und auch in der U19. Hat man ja nie Bundesliga gespielt. U19-Bundesliga habe ich nie gespielt. Und da kennt man einfach nicht dieses ständig Druck im Training. Und da habe ich auch mal auf Chilaui trainiert. Da sage ich auch ganz ehrlich. Habe ich auch mal einen Lauf weniger gemacht. Und das habe ich halt ab dem Moment geändert. Definitiv. Ja, ich glaube, das kriegt man, wenn man schon frühzeitig ins NLZ kommt, kriegt man das schon so ganz anders. Auch irgendwie, weil man hat ja jedes Jahr diese Austritts... Also so war es bei mir früher. Warst du gespielt? Bei HSV bis zur U15 und dann später nochmal bei St. Pauli in der U17-Bundes. Und dann war es ja wirklich immer so, von Jahr zu Jahr, du hast deine Gespräche und dann das muss ich verändern, das muss ich verändern oder das. Das hatte ich halt nie. Und da wird dir schon bewusst, dass das irgendwie leistungsbezogen ist. Und du hast halt immer, was heißt Angst, aber so Leistungsdruck, dass du halt performen willst, um nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Deswegen, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Und dann ist es natürlich noch besser, wenn man dann diesen Weckruf irgendwie wahrnimmt und das nicht ignoriert. Super inspirierend. Vielen, vielen Dank schon mal, Justin. Kein Ding. Dann fangen wir jetzt an. Wir springen wieder zurück an den Anfang. Ist ja auch irgendwie so der Kern von unserem Podcast. Wir wollen wissen, wo hat die sozusagen Story von Justin eigentlich begonnen. Und du hast ja schon häufiger ETV angesprochen, aber was war dein allererster Verein? War das auch der ETV? Tatsächlich nicht. Alter und 93 sind wir auch direkt hier gerade. Sehr, sehr krass in der Nähe. Direkt hier. Wie heißt das Stadion nochmal? Adolfiger Kampf. Genau. Genau. Da hat alles angefangen. Da habe ich lange gespielt. Noch, ich glaube, auch relativ lange. Ich glaube, bis ich zwölf war. So mit sechs angefangen. Grandplatz trainiert. Es war geil. Coole Jungs gehabt. Mit wem habe ich da gespielt? Vielleicht kennt man den einen oder anderen. Ne, tatsächlich nicht. Aber einige von da sind dann auch später zu Pauli und HSV gegangen. Jetzt aber leider nicht mehr Fußball spielen. Aber ja, war eine coole Zeit. Hier in Altona. Ich wohne auch hier. Und ja, Mann. Sehr spannend. Wann kam so, was wir auch häufiger von vorherigen Gästen so mitgenommen haben, dass das Thema Spaß auch immer im Vordergrund war? War das für dich auch so, wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte hier raus wechseln? Weil eigentlich ist das ja dann eine Komfortzone. Ihr hattet anscheinend ja auch einige Talente. Das heißt, das hat dich ja von der Entwicklung wahrscheinlich auch nicht gestört. Wann kam der Punkt? Wann bist du gewechselt? Weil du gerade gesagt hast, wir hatten einige Talente. Ja, wir hatten einige Talente wirklich bei uns bei Altona. Aber ich war keiner von denen. Ernsthaft? Ich war damals definitiv noch keiner von denen. Einige sind dann halt zu Pauli, HSV gegangen und ich halt nicht. Aber nicht, weil ich krass war und einfach keine Kontakte hatte, sondern einfach, weil ich nicht gut genug war. Weil du vielleicht auch nicht, also bist du grundsätzlich nicht aufgefallen? Klar war ich schon immer schnell. Meistens schneller als mein Gegenspieler. Aber ich hab's wie gesagt einfach nicht oft gezeigt und dementsprechend bin ich auch nicht aufgefallen, weil das halt meine größte Waffe war. Und meine Jungs sind dann halt gewechselt zu Pauli, HSV, Norderstedt, was weiß ich. Und ich hab halt bei Altona gespielt, was ich aber auch nicht schlimm fand. Weil ich hab sehr spät erst das Ziel pro Fußball an meinen Kopf gesetzt. So. Ich hab auch ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass ich's schaffe. Kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte schon immer den Traum, aber dass ich's wirklich schaffen kann, das hab ich ja sehr spät realisiert. Lag das auch einfach daran, dass du so eine gewisse Distanz zu diesem Leistungs- oder zu den NLZ-Leuten, dass man dann auch irgendwie so denkt. Das ist krass. Das ist viel zu weit weg. Ganz krass. Auch Duba, Pauli und HSV, also das waren ja für mich die Stars in Hamburg. Bin ich auch ganz ehrlich. Will ich auch keine Blödsätze hier erzählen. Also ich hab bei ETV bei Altona gespielt und dachte mir, boah, wenn wir gegen HSV oder Pauli gespielt haben, boah krass ey, die sind schon viel besser als wir so. Hab ich halt einfach so gedacht und dann dachte ich mir natürlich, okay, ich weiß natürlich auch, dass selbst von denen nicht jeder Profi wird. Soll ich's dann schaffen. So war mein Mindset halt, als ich klein war. Und ja, keine Ahnung, dann bin ich mit 12 zu ETV gewechselt, weil ich den Trainer gut kennen kannte und der mich auch unbedingt wollte. Loic VW, der jetzt auch bei St. Pauli in der zweiten Liga Co-Trainer ist. Zu dem habe ich immer noch ein gutes Verhältnis. Und ja. Das heißt, der war auch schon bei Altona bei dir der Trainer? Nee, bei ETV war der der Trainer. Und der hat mich dann zu ETV geholt, mit zwölf Jahren. Und genau, dann habe ich da lange gespielt, bei ETV bis 2019. Ist ja auch inzwischen für alle, die jetzt vielleicht nicht aus Hamburg kommen, auch ein sehr interessantes Projekt. Ich glaube, Loic war auch da so ein bisschen federführend, mit ganz vielen anderen natürlich auch noch, dass das da, da ist ja jetzt auch eine sehr, sehr hohe Leistungsdichte, wenn man sich das anschaut. Ist wahrscheinlich nicht mehr so wie früher. Letztes Jahr hatten sie, glaube ich, sogar noch eine U19-Bundesliga. Äh, ja, doch. Doch, ja. Und sehr, sehr spannend. Was würdest du sagen, so in dieser Zeit beim ETV, hattest du da auch noch ein paar Jungs, mit denen du zusammengespielt hast, die es jetzt auch geschafft haben? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Also aus meiner U19-Mannschaft oder aus meiner ETV, aus meinem 2000er-Jahrgang. Tatsächlich nicht. Es waren viele krasse Spieler, aber leider nicht. Wie war das für dich? Hast du, also wir sprechen gleich nochmal über den Wechsel dann in der A-Jugend zur Holstein Kiel. Aber hattest du das Gefühl, dass als du dann jetzt auch im Profibereich bist, dass dir etwas fehlt? Genau das, was du auch vorhin dann nochmal bei Werder Bremen angesprochen hast, dass dir vielleicht Skills oder irgendetwas fehlt, was du dann nicht in dieser ganzen Jugendphase sozusagen mitbekommen hast? Man muss schon sagen, klar habe ich dann lange beim ETV gespielt, aber einfach dadurch, dass ich Luik als Trainer hatte, war das, würde ich sagen, die perfekte Mischung, weil man hatte ein chilliges Training in Form von Jungs, wenig Druck, aber trotzdem krassen Trainer so. Und deswegen hat man viel auch taktisch und auch fußballerisch beim ETV lernen können. Also ich würde nicht sagen, dass mir skilltechnisch oder taktisches Verständnis dann irgendwie gefehlt hat, als ich zu Kiel oder dann auch zu Bremen gegangen bin. Sondern es war halt einfach diese Einstellung zum Leistungsfußball, die ich noch nicht hatte. Auch nicht dieser Leistungsdruck logischerweise, was du ja auch erzählt hattest. Ich finde es eigentlich gerade ganz passend, von daher, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, was so das, was ETV auch ausmacht. Und da würde ich gerne mal auch eine Sprachnachricht abspielen, die ich noch im Vorfeld eingesammelt habe. Und da bin ich auch sehr auf deine Antwort gespannt. Meine Frage an Justin wäre, ob er ein paar Empfehlungen geben kann, in welchem Verein junge Talente, die vielleicht einen ähnlichen Weg einschlagen möchten, wie er, besuchen sollen. Gibt es spezielle Themen, mit denen er sich beschäftigt hat, beziehungsweise irgendwelche Tipps, die er aus seiner jetzigen Sicht jungen Spielern mit auf den Weg geben will? Lüpft ja ein bisschen schon an, was wir hatten. Vielleicht fällt dir noch irgendetwas ein? Ja, safe. Also ich kann natürlich aus meiner Erfahrung jedem nur ETV empfehlen, gerade jetzt mit dem Projekt. Haben wir jetzt auch ein geiles Zentrum da direkt neben dem Lok Stettersteiner am Lok hier an der Festung gebaut. Die Festung. Die Festung. Du warst auch letztens beim Oberligaspiel, oder? Ja, Mann. Das habe ich mir angeschaut. Als ich frei hatte, bin ich nach Hamburg gekommen, habe mir auf jeden Fall das Spiel angeschaut. Was bedeutet das so, wenn du das jetzt so siehst, wie sich das da weiterentwickelt hat? Das ist richtig krass. Also als ich da war, da war halt nichts. Also jetzt ist da gefühlt ein NLZ. Das ist schon echt krass, was die da gerade machen. Also ich kann das jedem Jungspieler empfehlen. Ich glaube, das ist ein geiles Projekt der ETV. Ist so nach HSV und Pauli würde ich sagen schon meiner Meinung nach definitiv der geilste Verein in Hamburg. Und das ist so das, was ich den Jungs empfehlen kann. Und Tipps habe ich gerade schon gesagt. Wie gesagt, versucht einfach eure Stärken zu zeigen. Sehr cool. Dann grundsätzlich, falls dir jetzt irgendwie zu deiner Jugendetappe sozusagen nichts mehr einschneidendes, nenne ich es jetzt mal, einfällt, können wir auch gerne zum Thema Holsteinkehre rüberspringen. Ich fand es insofern sehr interessant, weil es ist doch noch ziemlich weit weg, was vielleicht so andere, ich nenne es mal, Profifußballer für den Weg gegangen sind, dass man im ersten A-Jugendjahr, nee, zweiten A-Jugendjahr sozusagen erst in ein NLZ kommt. Was nicht mal in der Bundesliga spielt. Was nicht mal in der Bundesliga spielt. Und wie kam das überhaupt zustande? Boah, das, also ich sag dir ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch nicht daran gedauert, dass ich irgendwie Profi werde. So, ich bin zwar zu Kiel gewechselt, so, weil ich einfach mal dieses, und ich bin jetzt auch nicht zu Kiel gewechselt, weil, ich bin zu Kiel gewechselt, weil sie nicht, also als ich noch bei ETV gespielt habe, hat Kiel halt in der 19. Bundesliga gespielt. Muss ich das so vorstellen. Und da hatte ich schon Kontakt mit denen, aber die haben sich immer gesagt, ja, die melden sich mal bei mir. Weil wir mal ein Testspiel mit ETV gegen Kiel hatten und da habe ich zwei Butzen gemacht. Aber da sieht man schon wieder, also auch vielleicht als kleine Message, Testspiele darf man nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Testspiele darf man null unterschätzen. Aber ja, wie gesagt, da haben die immer mal gesagt, ja, wir melden uns mal bei dir. Und dann, als sie abgestiegen sind in die Regionalliga, erst dann haben sie sich gemeldet. Für die Bundesliga wäre ich wahrscheinlich dann eh nicht eingeplant gewesen. Und dann, als sie abgestiegen sind mit der 19 in die Regionalliga, dann habe ich halt den Anruf bekommen, dass ich da hinten wechseln sollte. Was ich dann natürlich auch liebend gern gemacht habe. So war ETV, von ETV zu Kiel war für mich damals auch ein Riesensprung. Auch wenn es die gleiche Liga war im Endeffekt, aber es waren einfach andere Umstände. Und ich wollte einfach diese Challenge annehmen. Der Start bei Kiel war ein bisschen schwer. Kann ich dir vielleicht gleich auch nochmal erzählen. Sehr gerne. Aber ja, Leuk hat mir da auch viel geholfen. Er hat auch viel mit den Trainern da geredet, dass die mich nehmen sollen. Und Leuk hat mir auch immer gesagt, das werde ich niemals vergessen, Leuk hat mir gesagt, Justin, mit 21 wirst du Profi. Und genau so ist es passiert. Gänsehaut. Das ist wirklich krass. Das werde ich noch niemals... Also Leuk hat immer an mich geglaubt. Und Leuk war zu Sirs, ich küsse den Herzen. Deswegen ein kleines... Und nicht nur ein kleines Shoutout, ein großes Shoutout. Ja, mega. Also hört sich schon... Mega geile Story. Super inspirierend. Du hast gerade gesagt, Anfangszeit war schwierig. Wodurch hast du das so festgemacht? Einfach, weil... Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie viel, aber man hat sehr wenig verdient. Also ich habe sehr wenig da verdient. Aber ich habe halt in Hamburg gewohnt. Achso, das heißt, du musstest... Die Anfangszeit. Die Anfangszeit habe ich in Hamburg gewohnt. Wow. Und dann musste ich halt immer eineinhalb Stunden... Eine Stunde... Ne, eineinhalb Stunden. Mit der Regionalbahn. Dann nach Kiel fahren. Und das war für mich natürlich auch eine Umstellung. Vor allem wahrscheinlich auch nach dem Training. Also hin ist eine Sache, aber... Vor allem auch nach dem Training. Das ist halt das Ding. Dann hast du manchmal zweimal am Tag Training. Vor allem in der Sommervorbereitung. Hat man ja öfters zweimal. Und dann habe ich da halt den ganzen Tag gechillt, wenn wir drei Stunden mal kein Training haben. Ich hatte auch noch keine Freunde da. Also ich kannte da jetzt nicht viele Leute. Und es war schon hart, der Anfang. Da habe ich auch ein bisschen Stress mit dem Trainer gehabt, das eine oder andere Mal. Weil ich dann hier mal was hatte. Weil, wie gesagt, meine Einstellung war noch nicht da. Dann war ich mal ein, zwei Mal nicht beim Training, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und ja, dann irgendwann habe ich da auch ein Internatszimmer bekommen. Das nennt sich Boddinghaus in Kiel. Und dann ging es... Aber die Anfangszeit war schon echt eklig. Da gab es auch schon Überlegungen, ob ich vielleicht wieder aus dem Fein raus soll. Sag ich mal so. Einfach auch so, was Wohlfühlfaktor angeht. Die Anfahrtsreise oder die ganze Reise immer dahin. Und dann noch, dass man da auch vielleicht nicht so diese Connection hat zu den Leuten. Das war wahrscheinlich auch gar nicht vergleichbar mit mir. Wenn du da mit den Jungs, seitdem du 12, 13 bist, zusammenspielst. Natter und alle hier Halligalli gemacht. Das war immer geil beim Training. Das war natürlich was anderes. Klar, ich kannte auch ein, zwei Jungs. Grüße auch groß jetzt an Hilkia und Markus, Leon Gino. Das sind auch Jungs, die aus Hamburg kommen. Die, vielleicht kennst du die auch, Hilkia Vogt, Markus Borgmann auch. Ja, Markus Borgmann kenn ich noch. Genau, mit denen hab ich da auch gespielt. War da auch beim HSV, bei St. Pauli. Spielt, glaub ich, jetzt Altonal, ne? Genau, bei Altonal. Und ja, so war die anfangs ja ein bisschen eklig. Fußballerisch nicht. Ich hab dann schon relativ schnell da auch, da ging es dann los, dass ich relativ schnell gemerkt hab, okay, so, es kann schon sein, dass ich in dieser Mantschule der Beste bin. Das hab ich dann auch relativ schnell gemerkt. Hast du es aber auch so ausgelebt? Ausgelebt auf keinen Fall. Ausgelebt auf keinen Fall. Also, ich war und bin ja immer noch ein Niemand, aber ich hab's halt für mich selber schon gemerkt, okay, krass, ich kann hier wirklich so, ich bin ja, glaub ich, der Beste der Mantschule und deswegen war ich dann auch, ich glaub, nach drei, vier Monaten auch als einziger Jugendspieler mit dem Trainingslager Bayern-Profis unter Tim Walter, der jetzt beim HSV ist. Es ist auch insofern lustig, weil den hatten wir jetzt schon häufiger. Der Derrick hatte den auch als Trainer bei Bayern München 2. Von daher immer irgendwie eine Wegbegleiter. Sehr cool, sehr cool. Wie war das für dich so, als du das erste Mal, also, war das für dich dann auch, dass du so gesagt hast, vielleicht ist es doch gar nicht so weit weg, Fußballprofi zu sein? Oder kam es vielleicht schon vorher? Ich bin immer noch in dem Moment weit weg. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich war es nicht weit weg, aber für mich im Kopf war es noch unfassbar weit weg. Weil du musst dir vorstellen, ich bin gerade zu Kiel gewechselt von ETV. Also, ich hab ja, bis ich 18 war, immer nur auf Halligalli Fußball gespielt. Das hatte ja nie irgendwie so groß krasse Ambitionen, dass ich mal, weißt du, mit 16 und mit 14 bin ich wieder, das hab ich vergessen zu sagen, bin ich mit 14 sogar wieder zurück zu Altena gewechselt. Weil ich einfach, also, das hat mir bei ETV zwar Spaß gemacht, aber ich dachte mir, ja, spiel ich lieber mit meinen Jungs ein bisschen. Mit 14, 15 bin ich dann zurückgewechselt für ein Jahr. Das ist ja eigentlich die Zeit, wo viele NLZ hier, ich jetzt zu Wolfsburg, ich jetzt hier hin. Das ist eigentlich Crunch-Time. So U15, so wenn C-Regionalliga beginnt. Das ist Crunch-Time. Und da hat man sich diese Crunch-Time wieder, wollte man sich wieder mit seinen Jungs Cialawi machen. Und das ist aber manchmal dann vielleicht auch gefährlich. Auf so einem Weg, ne? Dass man sich dann wieder so... Definitiv, es kann sehr gefährlich sein. Mir persönlich hat es vielleicht geholfen, dass ich, also, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, vielleicht war es genau der richtige Weg. Aber es hätte natürlich auch viel schneller gehen können, wenn ich vielleicht schon früher beim HSV oder Pauli sein gewesen wäre. Aber ja. Woher stehen wir? Alles gut. Wir können es auch fast damit gerade noch den Satz zu Ende bringen mit früher bei St. Pauli oder bei HSV. Die Frage ist halt auch immer so, die ich auch nach meiner Zeit so gestellt habe, ist es überhaupt immer so gut, so früh in dieses Modell oder in diese perfekte Welt sozusagen reingedrückt zu werden? Verstehst du, was ich meine? Weil NLZs, da wirst du halt auf kleiner Ebene schon wie ein Profi trainiert oder behandelt. Und ob das so nachhaltig ist, wenn man da so sieben, acht Jahre drin ist. Weil aus Erfahrung, wenn ich auch beobachte in meinem Jahrgang, die meisten, die so in dem C-Jugendalter, so U15, U16 reinkommen, das sind meistens die, die Profis werden. Das ist so, du kriegst das perfekte Mindset, die perfekten Skills mit, bist formbar, aber du bist halt irgendwie auch nicht ausgebrannt, weil du es gefühlt schon seitdem du acht oder neun oder zehn bist. Verstehst du, was ich meine? So sehe ich das auch definitiv. Ob es dann C-Jugend ist oder vielleicht dann noch eine Jungs später. Aber ich würde auch sagen, dass es definitiv, man kann es halt nie genau sagen, aber ich glaube schon, dass es besser ist, wenn man auf jeden Fall lange Fußball nur aus Spaß spielt, weil dann einfach dieser Flair auch nicht verloren geht. Mir ist Flair auch enorm wichtig, bin ich auch ganz ehrlich. Und diesen Flair, ich habe das Gefühl, diesen Flair kannst du auch in einer gewissen Art und Weise nicht in einem NLZ so immer ausleben, wie du es möchtest. Du wirst in ein System reingedrückt und versuchst halt da dann deine Skills so ein bisschen. Das ist das Ding. Irgendwann dann, wenn du im Profigeschäft bist, dann kannst du wieder, dann kannst du auch einfach wieder mit deinen Leistungen auf dem Platz, dann kann, man sieht es ja mit einem Lieblingsspieler zum Beispiel in Neymar, dann ist da Flair immer da. Aber ich glaube, in der Jugend ist das schon gut, lange wie möglich einfach auch Spaß zu spielen, diese Freude zu haben, diesen Flair noch in sich zu behalten und dann sollte natürlich irgendwann der Step into the NLZ kommen. Ist klar. Cool. Ja, das ist wahrscheinlich dann noch nicht vermeidbar, wenn man Fußballprofi werden will. Genau, wir waren eben noch beim Trainingslager. Jetzt ist mir eingefallen, Trainingslager stehen geblieben. Wo ging es eigentlich da für euch hin? Das war ja noch ganz genau Oliver Nova in Spanien, Valencia. Man muss sich auch mal vorstellen, Bruder, das war halt, also vor vier Monaten war ich noch bei EDV. So, und dann bin ich auf einmal in Kiel und dann bin ich auf einmal im Trainingslager mit den Profis und dann kommt er auch Gestern noch Bundesstraße und jetzt plötzlich Valencia. Das war unfassbar, dann sind wir im Valencia-Stadion und hier Atakan Karasor neben mir, Fränke Wiener von Bayern München, der mir so, hey, wo bin ich hier? Ich bin Walter, mein Trainer und ja, es war krass für mich. Ich muss auch sagen, in dem Trainingslager, das war für mich schon sehr schnell alles. Also es war für mich schon, okay, krass, kann ich das, da war auch David kein Zombie, Der Sechser, der jetzt gerade in Sandhausen. Genau, der auch lange bei Hamburg dann gespielt hat und auch bei Kiel, hat mir da auch viel erzählt, weil ich halt auch manchmal zu ihm gesagt habe, so, boah, das ist schon echt krass schnell und so. Und er hat mir auch gesagt, als er damals Frankfurt war, das glaube ich, als er bei Frankfurt war und bei den Profis mittrainiert hat, dass er sich auch immer gedacht hat, boah, wie soll ich so dieses Tempo hinbekommen? Warum kann ich es überhaupt schaffen, Profi zu werden? Und er hat mir gesagt, ja, du kannst es schaffen. Gib einfach jetzt nicht auf, weil es ist am Anfang immer schwer. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und die Zeit im Trainingslager bei Kiel war prägend auf jeden Fall. Leider habe ich da nicht so performt, wie ich es mir hätte vorgestellt, dass ich vielleicht da dann schon den Sprung zu den Profis geschafft hätte, aber... Dann über ein paar Umwege. Dann über ein paar Umwege. Wann hattest du so das Gefühl, dass du dich an das Tempo gewöhnt hast? Also war das direkt so nach ein paar Tagen oder hattest du wirklich das Gefühl, dass ich brauche noch ein bisschen? Ja, dann so nach einer Woche, würde ich sagen, nach einer Woche mittrainieren bei den Profis, da habe ich gemerkt, okay... Da bist du ein bisschen angekommen. Da konnte man auch mal diese ein oder andere Übersteiger machen mit Selbstbewusstsein und hat mal ein bisschen Flair-Vergut ausgestrahlen. Safe. Sehr schön. Sehr schön. Nach deinem A-Jugendjahr habt ihr ja auch die Regionalliga Nord gewonnen. Ja. Wie war das für dich? Das war ja so ein bisschen dein erster Titel, oder? Ja, darüber habe ich tatsächlich so noch nie nachgedacht, dass es ein Titel ist. Aber ja, stimmt, das war geil, definitiv. Mit ETV mal lange später dann für die 0-1er war das, glaube ich, in die Bundesliga aufzusteigen. War geil. War richtig geil. Sehr schön. Du bist dann, dann ging ja auch fast sogar schon Corona los. Du bist dann in die U23 aufgerückt. Wie war das für dich? Hat sich da noch irgendwas verändert? Oder fühlte es sich eigentlich an, als ob so die U19 einfach nur verlängert wurde sozusagen? Das war ein ganz komisches Gefühl. Also irgendwie. Das wurde ja, glaube ich, nach zehn Spielen oder so, wurde, glaube ich, die Saison aufgrund von Covid beendet. Wenn ich es jetzt richtig... Genau, so war das auch. Das war halt... Da war Ole Werner noch mein Trainer bei Kiel, der jetzt bei Werder Bremen ist. Doch, bei Bremen. Genau. Und ja, da ging halt die Regionalligasaison los. Ich war am Anfang verletzt. und habe mich vom letzten... Also im letzten Training vom Ligastart verletzt. Und es war eine eklige Saison für mich dann. Ich war lange verletzt, dann kam ich zurück und dann war auch wieder Pause wegen Corona. So. Und das war so die Zeit in meinem Leben, glaube ich, wo ich sagen muss, da, wo ich am meisten gestruggelt habe, so. Da habe ich schon wirklich gedacht, okay, ich... Vielleicht höre ich jetzt einfach auf. Nicht, weil ich nicht an mich geglaubt habe, sondern einfach, weil ich nicht mehr viel möglich gehalten habe. Weil ich dachte... Jetzt ist der Zug abgefahren. Jetzt ist der Zug abgefahren, weil am Endeffekt war man 20 Jahre alt, hat bei Kiel in der U23 gespielt, beziehungsweise nicht gespielt, weil halt kein Fußball gespielt wurde. Und ich dachte mir, ja, dann nicht. So. Schade, dann gehe ich wieder zurück nach Hamburg und mache vielleicht... Und spiele vielleicht hier auf Alligalli und versuche nebenbei was anderes zu machen. Also, wenn man sich jetzt so die Hard Facts anguckt, da würde man wahrscheinlich, wenn man eine Wahrscheinlichkeit berechnet, auch eher sagen, geht gegen Null. So, beinahe, ne? Definitiv. Wenn da jemand gesagt hat, dass ich mit 21 bei Dortmund in der Bundesliga mein Spiel, mal hätte ich das niemals unterschrieben. Also, ich hätte es unterschrieben, aber... Aber du hättest ihm einfach nicht geglaubt. Das wäre unvorstellbar gewesen. Du brauchst mir keine Märchen erzählen, so hättest du gesagt. Ja, so ein Ding wäre das. Sehr, sehr schön. Dann war Covid, die Saison ist irgendwann vorbeigegangen und du hattest auch schon eingangs erzählt, dein Berater hatte dich wie auch immer irgendwie noch bei Bremen platzieren können. Ja. Und da war es ja auch erstmal schwer für dich. Was war so dein Gefühl, nachdem du aber dann den, ich sag mal, den Motor angeschmissen hast? Nachdem ich den Motor angeschmissen habe, es war schlecht für mich in dem Sinne, dass ich keine Tore gemacht habe. So einfach in der Vorbereitung ich halt als Stürmer Tore machen soll. soll. Aber auch da habe ich gemerkt, okay, fußballerisch bin ich hier keinem irgendwie unterlegen oder Harterfahrt sogar einer der Besten. In meinem Kopf habe ich mir das gedacht. Ich bin davon auch überzeugt gewesen. Und das musste ich jetzt halt auch den Trainer zeigen. Und dann ging halt die Saison los, erstes Ligaspiel. Ich saß auf der Bank. Ich saß auf der Bank und war natürlich perplex. Ich konnte es nicht glauben. Natürlich aufgrund der Vorbereitung und der Gespräche konnte ich mir schon ahnen, aber ich in meinem Kopf dachte mir, ich bin doch viel zu gut jetzt, um hier auf der Bank zu sitzen. Ist das jetzt wieder ein verschenktes Regio Jahr für mich? So dachte ich. Und im nächsten Training habe ich dann Volker Wachow gemacht. Dann gab es keine Halben mehr. Putzen gemacht, einfach Fußball gespielt. Im nächsten Spiel, ich glaube, das war dann das zweite oder dritte Ligaspiel. war ich dann wieder in der Startelf. Da habe ich dann ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ein Tor gemacht. Danach war ich wieder in der Startelf. Habe dann drei Tore gemacht und zwei Vorlagen. Dann war ich halt, dann war ich sogar noch mal ein Spiel raus, weil ich irgendwas hatte. Und dann ging halt so, dann habe ich halt Tore gemacht. Tore, 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 Tore. Ist so Scorer-Punkte zu sammeln eigentlich ein krasser Hebel, um seinen Marktwert irgendwie oder auf der Map sozusagen zu sein? Definitiv, weil man muss halt auch ehrlich sagen, in jedes NLZ, wo ich bis jetzt hingewechselt bin, bin ich nie irgendwie aufgrund von krasser Interesse hingewechselt. Also nie, dass der Trainer mich unbedingt wollte und ich dann die Garantie hatte, zu spielen. Also überall musste ich mich reinkämpfen und das war, würde ich sagen, auch der Schlüssel, warum man diesen Hunger dann hatte, wirklich zu arbeiten. Man wusste, okay, von nichts, also ich werde jetzt, ich wurde nicht geholt, damit ich spiele. Ich wurde als Ergänzungsspieler geholt. Und das haben die mir bei Bremen am Anfang auch gesagt, ich werde als Ergänzungsspieler geholt, habe dann aber, das sage ich nicht oft, aber in der Saison habe ich die Regionalliga noch nicht ernst genommen. Das kann ich jetzt so wirklich in der Form sagen. Einfach aufgrund dessen, weil ich kannte die Liga und ich war in einem Top-Team und ich wusste, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? So, jetzt muss ich scheinen. Und dann habe ich halt Tore, Tore, Tore gemacht, gute Spiele gemacht und dann... War das auch so, dass du eine ganze Saison, also ich sage mal, alles hat zusammengespielt. Du hast Spielzeit gehabt, du hast Scorerpunkte gemacht, du bist gesund geblieben, soweit ich weiß. Es war aber nur ein halbes Jahr, also nur die Hinrunde, da bin ich schon gewechselt. Ah, okay. Weil dann hattest du deinen Profivertrag unterschrieben? Genau, also die Hinrunde, ich glaube, da habe ich in, ich weiß nicht mehr, kann sein, 16 Spiele oder so, 14, 15 Tore gemacht und 6, 7 Vorlagen und dann war natürlich, also, dann lese ich auf einmal Artikel, ich war perplex, man dachte schon, man hört auf mit Fuß, auf einmal meiste Artikel, verlässt der beste Spieler der Regionalliga, die Liga, BVB mit Interesse an, Jinma und ich denke mir so, was geht hier ab? So, natürlich und dann sehe ich halt so, ich poste so einfach so Bilder auf Instagram, dann sehe ich so, Werder Bremen-Fans so unter meine Bilder kommentieren, bitte bleib, bitte bleib bei uns und ich denke mir so, ja, krass, was geht hier ab? Wahnsinn. Ja, es ist auch immer Wahnsinn, auch wenn ich jetzt die, die ganzen Jungs, die auch bisher schon im Podcast waren, so ein bisschen verfolge, also die ganzen, die ganzen Fans oder die Fangemeinden, was für eine Power, die auch auf Social Media in der, in der Comment Section haben oder allem drum und dran, wie war das so für dich, als du dann so das erste Mal so richtig auch medial begehrt warst, was hat das mit dir gemacht? Man muss dazu sagen, das habe ich vergessen anzusprechen, ich habe auch mal YouTube gemacht. Tatsächlich, das wäre noch eine Frage für später gewesen, aber du kannst sehr gerne jetzt schon darauf eingehen. Genau, wegen dieser Mediale und so, das kenne ich schon und das war halt auch, daran siehst du auch, ich hatte nie diesen leistungsbezogenen Fußballer, ja, mit 16, 17 habe ich noch YouTube gemacht, so, also das kannst du ja keinem erzählen, dass ein Fußballer da mit 16, 17 in Hamburg auf den Straßen rumläuft und da YouTube macht. Ja, vor allem heutzutage ist es ja immer so wirklich, du musst, oder es wird immer gesagt, pass auf, was du sagst, so allem drum und dran, die kann alles umgedreht werden und dann ist es ja so ein bisschen konträr dazu, dass man dann so öffentlich auch so viel in seinem Leben preisgibt, wo ich aber manchmal dann auch denke, eigentlich ist es cool, solange man aber auch versteht, was man machen darf und was nicht, weil, ja, am Ende des Tages hat es ja auch dich vielleicht auch als Medienmarke noch besser gemacht. Definitiv, also das kannte ich schon, dass ich, dass mich, jetzt nicht viele, aber mich kannten, mich kannten dann schon Leute durch YouTube, definitiv und deswegen kannte ich das schon so ein bisschen, dieses Mediale und das Leute ein bisschen kennen und Kommentare, das kannte ich schon, dann irgendwann, das war sogar noch zu meiner Kiel-Zeit, habe ich immer noch YouTube gemacht, da habe ich dann aber in meinem letzten Video gesagt tatsächlich, dass ich keine Kraft mehr dafür habe, weil ich dann auch von immer mehr Vereinen gehört habe, dass die das nicht so toll finden, dass ich YouTube mache und ich mich lieber nur auf den Fuß vor konzentrieren soll, habe ich gesagt, ich höre jetzt auf mit YouTube und das war dann so, okay, jetzt, ich drehe mich nur noch auf Fußball. Hat sich ja im Nachhinein jetzt auch ausgezahlt. Safe. Safe. Ich würde auch nichts anders machen. Sehr schön. Wo waren wir stehen geblieben? Werder Bremen erstes Jahr, Profi-Vertrag unterschrieben. War das dann so für dich schon der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich habe es jetzt geschafft oder war es noch so, Piano, jetzt nicht überheblich werden, Step by Step sozusagen? Das war definitiv noch Piano. Klar, also, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, weil du hast ja auch mit vielen Jungs gespielt, hast selber Fußball gespielt und hast auch viele Jungs schon hier gehabt, die jetzt Profis sind. Ich glaube, ich finde besonders, Christians Weg konnte auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant und ich glaube, für jemanden wie ihn oder dann auch jetzt für mich, der wirklich richtig lange in einem, also gar nichts mit diesem Profigeschäft zu tun hat, dann auf einmal so einen Profi-Vertrag von Werder Bremen vor sich zu haben, das war unfassbare Dankbarkeit. Mehr war das nicht. Das war einfach, ich wusste tatsächlich schon, dass ich ihn bekomme, so, weil natürlich haben sich dann mehrere Vereine gemeldet, ob es dann aus der zweiten Liga waren oder dann aus der Bundesliga ein paar Interessen und aus der dritten Liga sowieso. Da wusste ich, okay, Werder Bremen wird mir jetzt meinen Vertrag verlängern und wahrscheinlich dann auch einen Pro-Vertrag geben. Was war für dich so Hauptausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich bleibe hier in Bremen? Also war es einfach so Wohlfühlfaktor, du hattest dann irgendwie das Gefühl, hier ist der richtige Punkt sozusagen, um die gesamte Geschichte sozusagen weiterzuschreiben, wenn du vor allem davon sprichst, dass du theoretisch andere Möglichkeiten gehabt hättest. Ja, es war einfach der Grund, dass ich aus dem Norden komme. Bremen ist ein Traditionsverein, ein richtig geiler Verein auch und wenn man die Möglichkeit hat, bei Bremen Pro-Vertrag zu unterschreiben, ich glaube, da sagen die wenigsten Leute nein und das in Kombination mit der Laie zu BVB. Das war dann von Anfang an auch schon so ein bisschen geplant, dass man sagt, okay, wir wollen dich sozusagen festmachen, aber dann halt noch nicht für Liga 2 war das ja dann noch zu dem Zeitpunkt, sondern eine Liga darunter. Genau, was ich natürlich, natürlich hätte ich gerne auch schon zweite Liga gespielt, brauche ich auch nicht verheimlichen so, weil ich schon glaube, dass ich das definitiv hätte tun können und auch Bremen in dem Jahr definitiv hätte helfen können, davon bin ich überzeugt, aber ja, mit der Laie zu Dortmund, finde ich, hat alles gepasst, so und jetzt im Nachhinein brauche ich das sowieso nicht. Cool. Grundsätzlich, als du dann dieses halbe Jahr zu Ende gespielt hast, der Vertrag wurde verlängert, der Plan stand, ich gehe jetzt zu Dortmund, zu Dortmund 2. Wie war das für dich, war für dich von vornherein sozusagen klar, ey, ich werde eventuell irgendwann mal die Möglichkeiten haben, bei der ersten Mannschaft aufzulaufen oder war es einfach für dich, ey, das ist eine coole Möglichkeit, cooles Trainingsgelände, ich will einfach jetzt erstmal dritte Liga Vollgas geben. was war da so deine Erwartungshaltung? Ich wusste, ich muss, das kann ich dir auch sagen, ich war mir lange unschlüssig wirklich, wo ich hingehen sollte, ob es dann wirklich Dortmund sein soll, einfach weil ich natürlich auch viele Gespräche geführt habe, auch mit Luik, der viel Ahnung vom Fußball hat und klar ist natürlich, dass wenn du in eine junge Mannschaft wechselst, da werden wir nicht Fans sein, ich werde dieses Fangefühl wieder nicht bekommen, was ich bei Bremen in der U23 auch nicht bekommen habe und Fakt ist natürlich, umso mehr junge Spieler, umso schwieriger wird es auch, also als, wenn ich als junger Spieler in eine junge Mannschaft komme, ist es natürlich schwieriger, nochmal herauszustechen, weil es halt 30, 21, 20, 19, 17, 18-Jährige sind, so, aber ich, als ich dann wirklich intensiv mit Luik gesprochen habe, hat er mir gesagt, auch da wirst du dich definitiv durchsetzen können und ja, da bin ich halt zu Dortmund gegangen, Trainer war geil, Enrico Maaßen, der jetzt auch bei Augsburg ist und Ingo Preuß, sportlicher Leiter von der U23, die haben mich da sehr gewollt und ja, es war noch ein geiles SRW-Jahr-Bedauung. Wie ist das allgemein beim BVB? In der zweiten Mannschaft sind da meistens die Jungs, die dann aus der, sozusagen aus der Jugend, aus der U19 hochkommen oder holen sie sich wirklich mehrere Jungs aus der Republik ran? Das ist eher so, klar kommen auch viele aus der U19 hoch, aber ich würde schon sagen, dass die auch, also bei Dortmund in der U23 schon auch Spieler, also von Paris Saint-Germain, von Manchester City haben wir jetzt einen, Jadon Braff, also das ist aus Spanien, das ist wirklich komplett, also da, wir sprechen glaube ich in der Kabine gespielt zehn Sprachen. Ist das einfach für dich? Oder sprichst du noch eine andere Sprache? Ne, leider nicht. Leider nur Deutsch und Englisch, aber ja, coole Truppe, coole Mischung, aber ich glaube, das ist schon in so Vereinen sehr extrem, was da für viele Nationen sind und wie viel, aber ist geil. Hattest du das Gefühl, dass, also, wie hat sich für dich Regionalliga Nord von Dritte Liga unterschieden? Hattest du schon das Gefühl, dass das Tempo schneller geworden ist oder war das gar nicht so ein Riesensprung? Doch, es war definitiv ein Sprung, einfach weil dann wieder der Faktor kamen Fans, dann kamen viele Fans dazu auf einmal und, klar, muss man sich am Anfang bei Dortmund auch wieder reinkämpfen, so, das war dann auch wieder ein Faktor. Man hat die ersten ein, zwei Spiele ist dann dann noch von der Bank gekommen, so, das war dann wieder dieses, okay, ich muss nicht reinkämpfen, aber dann war ich halt drin und, Dritte Liga war im Endeffekt ein bisschen schneller, aber, und mehr Fans, würde ich sagen, ein bisschen schneller und mehr Fans. Ich habe das auch einmal gesehen, Freunde von dir haben ja manchmal auch so ein Stadion-Vlog gemacht, da ist ja echt schon ein bisschen was los, so, wenn BVB 2 spielt. Ja, ja, einer meiner besten Kollegen, Casey, ist auch oft dabei, auch jetzt letztes Jahr Highlight, als wir dann Duisburg gespielt haben, mein erstes Profit-Sor gemacht habe, oder auch in Kaiserslautern, wo wir dann am Betzenberg vor 50.000 gespielt haben und so, das ist schon, Betzenberg ist schon verrückt, oder? Ja, die Fans sind schon crazy, ich weiß noch, als ich da, wo ich zweimal im Strafraum umgehauen habe, habe ich Bierbecher ins Gesicht bekommen und alles, jede Beleidigung habe ich, glaube ich, gehört, die man hören kann. Da fühlt sich dann Dritte Liga doch schon nochmal ein bisschen anders an, wobei man natürlich jetzt sagen muss, mit Zweite Liga ist dann natürlich für die jetzt nochmal ein bisschen sportlich erfolgreicher, aber fantechnisch war es wahrscheinlich gleichbleiben. Lass uns eigentlich so dein Highlight deiner Karriere wahrscheinlich jetzt, dann kannst du mich auch gerne noch korrigieren, war dann der sechste Spieltag der aktuellen Saison gegen Leipzig, war doch, glaube ich, der sechste. Genau. Du wurdest vorher, glaube ich, schon in der vergangenen Saison von Marco Rose, glaube ich, einmal mitgenommen, aber vielleicht kannst du mich da mal mitnehmen, so wie waren deine ersten Touchpoints zu der Profimannschaft? Das war tatsächlich so, dass ab dem Duisburg-Spiel habe ich, das war wirklich, da habe ich ein sehr gutes Spiel gemacht, so, und dann stand auf einmal auch bei Werder-Brems-Foren und so, sehe dann so News, Leihgabe blüht beim BVB ab, den sehen wir nie wieder und so, solche Sachen habe ich da gelesen. Geil, ich bin auch mal in den Medien und so, genau so habe ich gedacht und das war so der Zeit, wo ich, dann auch ab und zu oben mittrainiert habe und dann mit in den Kader genommen wurde ich nach dem Kaiserslautern-Spiel, wo ich auch wieder ein Tor gemacht habe und ein gutes Spiel gemacht habe, da war ich dann die Woche über bei den Profis und bin dann mit nach Fürth geflogen. Ging dir so ein bisschen der Stift, als du das erste Mal da in die Kabine gegangen bist? Klar, kommst du, jetzt fängt schon beim Training an, sehe ich auf einmal Erling Haaland vor mir und wie sie alle heißen, Marco Reus und Jude Bellingham und vor einem Jahr habe ich noch mit Locki trainiert gefühlt. Ja, das war krass, also es war richtig krass, vor allem das sind ja halt Weltspieler, also das sind Spieler, die mal den Ballon d'Or gewinnen können und so sagen zu können, dass man mit denen trainiert oder spielt, das ist krass, das prägt einen auf jeden Fall. Mega. Als du dann dieses besagte Spiel, was ich eben schon genannt hatte, als das sozusagen stattgefunden hat, du wurdest mitgenommen, es gab viele Ausfälle auch auf den Offensivpositionen, war für dich früh klar, heute könnte der Tag sein, also heute könnte sozusagen etwas Besonderes in meiner Geschichte passieren? Richtig jetzt vom ersten Markkader oder zweiten Markkader? Zweites Markkader, da wurde dann sozusagen auch eingewechselt was. Genau, ja, ich habe tatsächlich im Vorhinein gesagt, okay, heute könnte es tatsächlich sein, dass ich ein Bundesliga-Debüro mache. Das habe ich wirklich, ich habe auch mit Terzic vorher schon geredet, der hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich wusste, es kann sein, dass es heute Bundesligaspiel ist. Und als es dann passiert, ich weiß ganz genau, wir haben uns aufgewärmt, ich weiß noch, Emre Can ist neben mir gelaufen und wir sind zu den Zweiergruppen gelaufen und unser Athletiktrainer, der hat immer mit seinem Funk in Verbindung mit seinem Trainer, es hat dann halt so eine, ich weiß gar nicht wann, das waren 65. Minute hat er dann so meinen Namen gerufen, er meinte so, Justin, Justin, du kommst jetzt rein. Was da in meinem Kopf passiert, das kannst du, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war unfassbar, ich dachte erst mal, ich soll jetzt einfach wieder zurück auf die Bank und jemand anders soll jetzt wieder auf die Bank. Setz dich wieder hin. Setz dich wieder hin, so, so dachte ich. Er meinte, nein, nein, du kommst rein, du kommst jetzt rein. Und dann wusste ich, okay, krass. Okay, krass, man spielt jetzt gleich Bundesliga. Showtime. Gegen Leipzig, Showtime. Haben leider 200 verloren. Hat natürlich wahrscheinlich so ein bisschen die Gefühle, hat natürlich die Gefühle dann ein bisschen rausgenommen, aber für mich persönlich war das natürlich trotzdem ein unfassbarer Tag, den ich niemals vergessen werde. Ja, ich würde nicht mal sagen, also das war definitiv eins meiner Highlights, aber ich will trotzdem immer noch, rein von Emotionen her, rein von den, okay, krass, war es mein erstes, also war es das Spiel gegen Duisburg, wo ich mein erstes Drittliga-Tor gemacht habe. Einfach, klar, ist das mit Borussia Dortmund, Bundesliga, hat viel mehr Wichtung auch für Außenstehende, aber für mich persönlich war es, glaube ich, tatsächlich das Duisburg-Spiel, wo mein Kollege da war, meine Eltern zugeguckt haben und ich dann mein erstes Profi-Tor gemacht habe. Das war, glaube ich, trotzdem dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt let the show beginn. Stark, stark. Wo du jetzt gerade das schon angesprochen hast, rank doch mal deine drei, also beziehungsweise deine Top drei Highlights nach bestes Erlebnis, also hast du ja fast jetzt schon genannt, gegen Duisburg, welche würdest du auf die zwei und die drei? Ich bin vor allem auf die drei gespannt, weil zwei kann ich mir fast so überdenken. Ja, eins Duisburg-Spiel, zwei Bundesliga-Debüt und drei würde ich sagen, drei ist schwer, drei ist sehr schwer. Provertragbar wäre der wohl. Perfekt, nehmen wir so, ist eingeloggt. Deine Geschichte ist sozusagen ja eigentlich jetzt geschrieben bis zum heutigen Tag. Es ist ja jetzt erstmal Winterpause, morgen geht es ja auch für dich weiter, wieder mit den Profis nach Asien. Wünschen wir dir auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Erfolg. Danke mal. Jetzt wollen wir nur ganz kleinen Sneak Peek, was vielleicht in der Zukunft für dich auch passieren kann, wie deine Pläne aussehen, das heißt nichts, du brauchst nichts, was Vereine angeht, also alle Journalisten, die jetzt hier zuhören, hier werden keine Spoiler, keine Leaks genannt. Grundsätzlich haben wir da extra natürlich auch jemanden, gefragt nach einer Frage und du hast ihn auch schon eben genannt, deswegen ich hau mal raus. Was geht ab, Bruschi? Meine Frage an dich, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was sind deine Ziele? Das war Christian Conte. Boah, in fünf Jahren, das ist zu weit weg. Keine Ahnung, also. Champions-League-Gewinner. Meine Ziele in fünf Jahren, ja definitiv, Champions-League-Spielen, noch viel mehr Bundesliga-Spiele haben, also etablieren, sich in der Bundesliga etablieren, Champions-League-Spielen und einfach weiterhin Spaß dran haben. Ich glaube, das kann ich auch schauen. Grundsätzlich, dass du sagst, ich will einfach ein gestandener Erstliga-Profi werden. Genau. Das finde ich einerseits bodenständiges Ziel und ich glaube auch gar nicht so unrealistisch. Von daher, das war schon mal extrem spannend. Ich würde jetzt noch mal vom weiteren Wegbegleiter, die auch noch mal eine Frage stellen und da sind wir auch gespannt, was deine Antwort ist. Jojo Jazz, mein Bruder, was geht? Hoffe bei dir ist soweit alles gut. Hoffe du hast Spaß mit Hübschen und Markus im Podcast und meine Frage an dich wäre auf jeden Fall, welche Fähigkeit hast du dir damals im Amateurenbereich bei Altenau oder bei ETV angeeignet, die du heute noch im Profifußball verwendest? Sei es, keine Ahnung, wissen, wie man seine Schnelligkeit ausspielt oder Durchhaltevermögen oder was auch immer. Nata, grüße gehen erstmal raus an dich. Sitze gerade in Amerika am College. Ich wünsche ihm auch viel Glück auf jeden Fall, wenn er das hört. Er ist auch Torwart, ne? Ja, Nata ist Torwart. Deswegen ich war auch Torwart, das ist ein bisschen kurz related. Und ja, Fähigkeit, die ich früher mitgenommen habe, gibt es tatsächlich keine, die ich genauso in der Form jetzt irgendwie mitgenommen habe. Nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein Special Trick oder so? Nee. Tatsächlich nicht. Gibt es einfach nicht. Also ich habe früher halt einfach gespielt und einfach, vielleicht würde ich das sagen, dass ich dieses einfache Spielen freude einfach diesen Flair. Ich nenne es einfach immer gerne Flair, den man mitnimmt. Perfekt. Wir kommen schon fast zum Ende unserer heutigen Episode, was mich noch extrem interessieren würde. Was waren so jetzt auch, meinetwegen kann auch etwas relativ Aktuelles sein, was waren so deine Top 3 besten Mitspieler oder meinetwegen kannst du es auch auffüllen mit Top 3, gegen die du gespielt hast, die dich beeindruckt haben auf dem Feld? Jetzt ausgenommen von den Profis? Du kannst ehrlich gesagt das gestalten. Oder nicht wirklich über einen längeren Zeitraum. Natürlich könnte ich jetzt Haaland und so nennen, aber... Nee, dann mach gerne mit, mit denen du länger sozusagen auch Zeit verbracht hast. Musst sie auch nicht ranken, damit es im Nachhinein sozusagen keinen Streit gibt. Mit denen ich gespielt habe. Ich rank sie jetzt einfach mal nicht. auf jeden Fall Leon Gino muss ich hier nennen. Ich spiele jetzt Ballotte, Magia, Luis Posnanski, der habe ich bei Werder Bremen gespielt. Einer der krassen Linksverteidiger, die ich kenne. Wo spielt er jetzt? Der spielt jetzt in Griechenland in der ersten Liga. Schwand. Und wie habe ich noch gespielt? Ich gehe jetzt mal auf die ETV-Zeit zurück. Da würde ich auf jeden Fall sagen Emre Emre Teremisch. Auch ein richtig krasser Spieler gewesen. Auch immer noch. Spielt jetzt noch bei ETV. Aber damals sehr krass. Das sind so auch alles Kollegen von mir tatsächlich. gegen die ich gespielt habe, würde ich definitiv sagen Christian, Christian Contegin habe ich einmal gespielt. Der war schon echt krass. Als er noch bei Vicky war? Nee, als er schon mal Pauli war. Da war ich noch bei ETV. Ah, okay. Da hat er uns ein chilliges Colasso reingehauen. Weiß ich noch. Ja. Sonst gegen wen habe ich noch gespielt. Jason Tomity, guter Linksverteidiger. Und Dortmund auf ihm. Was mir gerade einfällt, aber das musst du jetzt nicht als Top 3 Gegenspieler, was ich aber super spannend fand, das Bild auf dem Artikel, als du sozusagen dein Profidebüt hattest, wo du David Raum so ein bisschen vernascht hast. Frisch gemacht hast. ein bisschen frisch gemacht hast. Ja, natürlich kann ich auch David Raum nehmen. War aber auch stark. Und Benni Henrichs, ja, doch, die beiden will ich noch ein. Ich bin dann auch mal Seiten geswitcht, dann musste ich Henrichs auch mal frisch machen. Kurz mal wieder frische Seiten rasiert, so ein bisschen, ne? Sehr cool. Bevor wir jetzt gleich zu unserer Inspirationskategorie kommen, würde ich noch mal so ein bisschen off-topic, was den Sportbereich angeht, was wir super spannend fanden, auch in der Vorbereitung zu der Folge. Du hast auch deine eigene Brand mit None of Us. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Worte erzählen. Wie kommt das? Beschäftigt dich Mode abseits des Spielfelds? Ja, definitiv beschäftige ich mich Mode abseits des Spielfelds und ich mache das mit einem Kollegen von mir zusammen, der auch hier gerade dabei ist. Und das war eigentlich eine relativ spontane Idee früher, wo wir erstmal einfach nur T-Shirts rausgebracht haben. Aber gut Abend kam bei den Leuten. Auch damals in Kombination mit dem YouTube, das ich gemacht habe. Das heißt, das ist schon relativ lange in der Vergangenheit? Schon relativ lange, ein langer Prozess und der zahlt sich jetzt gerade aktuell aus. Jetzt gerade ist so ein bisschen der Ansturm da und wir versuchen uns auch immer weiterzuentwickeln, auch unsere eigene Linie zu finden. Das heißt, das war noch vor den ganzen Pesos und LeFaster Youngs oder war es so zeitlich? Nee, davor nicht. Da will ich uns jetzt auch nicht irgendwie falschen Hack geben. Davor war das auf jeden Fall nicht. Aber ja, schon auf jeden Fall lange. Wir machen das schon lange und versuchen uns weiterzuentwickeln, wie gesagt. Wir sind gerade auf einem sehr guten Weg und hoffen auch, dass es so weitergeht. Sehr schön. Nee, ich finde, grundsätzlich, wieso ich das Thema auch noch mal mit in den Podcast nehmen wollte, ist, ich finde es immer super spannend, weil Fußballer, muss man ja auch immer ehrlich sein, man hat ja relativ viel Zeit, im Gegensatz zu jemandem, der jetzt eine 40-Stunden-Woche auf der Arbeit hat, 9-to-5 arbeitet, dass man dann auch irgendwie so ein Hobby oder eine Leidenschaft vielleicht auch noch mal nutzt, als weitere Möglichkeit, sozusagen vielleicht auch nach der Karriere ein weiteres Standbein zu haben. Ja, deswegen auch kleiner Props, finde ich mega cool, was ihr macht. Danke, danke. Dann lass uns doch fast die Podcast-Folge beenden. Wir fragen immer sehr, sehr gerne, was hat dich in deiner Vergangenheit inspiriert und was würdest du gerne noch mal an inspirierenden Worte an alle Athletes, sozusagen, da draußen richten? Boah, an die Athletes? Ja, Jungs, Mädels, versucht einfach, ich kann jetzt, wie gesagt, ich rede jetzt mal erstmal in dem Sinne für die, die im Bereich Fußball irgendwie sind, weil ich natürlich da jetzt nur Inspiration irgendwie weitergeben kann. Wie gesagt, zeigt eure Stärken, seid immer selbstbewusst, das ist einfacher gesagt, das ist getan, ich weiß es selber, aber versucht wirklich einfach dieses Selbstverständnis und einfach dieses Selbstbewusstsein in jedes Spiel zu nehmen, weil wenn man selbstbewusst ist, dann ist man auch einfach besser. So, und dieses Selbstbewusstsein könnt ihr euch auch holen, indem ihr einfach vielleicht nach dem Training mal drei, vier Bälle aufs Tor schießt oder einfach mal eurem Torwart dreimal mit Panenka rein chippt, dann seid ihr selbstbewusster. So, und dann ist das vielleicht nur ein kleiner Schub, aber das hilft euch vielleicht auch schon im nächsten Training mehr Halligalli zu machen. Und wenn ihr dann in dem Training Halligalli macht, seid ihr im Spiel auch besser. So, und Selbstbewusstsein und einfach eure Stärken zeigen und dann, wenn es dann nicht zum, wenn es NRZ reicht oder zum Profi-Wern reicht, dann könnt ihr wenigstens sagen, okay, ihr habt immer euer Bestes gegeben, aber ja, das sind so meine Tipps. Top. Gab es noch etwas, was dich in deiner Vergangenheit inspiriert hat, wo du, was dir jetzt so direkt irgendwie in den Kopf kommt? Muss nicht, also. Ja, wie gesagt, das mit Leuk, ne. Ich habe oft an mir gezweifelt, das weiß Leuk auch und Leuk hat immer zu mir gesagt, Justin, hier beim ETV bist du der Spieler mit dem größten Potenzial, mit 21 wirst du Profi und mit 21 habe ich meinen ersten Probevertrag bei Bremen unterschrieben, also genau so ist passiert und das war Leuk ist schon eine große Inspiration für mich. Geiler Trainer, super Mensch und ja, was er mir für Worte mitgegeben hat, das werde ich auch nicht vergessen. Top. Ich finde grundsätzlich das Thema, was du mitgegeben hast, dieses Selbstbewusstsein zu haben, super wichtig und es kam, glaube ich, super auch in dieser gesamten Folge raus, als du auch das besprochen hast, ich war der Beste der Mannschaft, also ganz ehrlich, dieses Mindset zu haben, selbst wenn es nicht mal der Fakt ist, dass man da reingeht und sagt, nicht bezogen auf, dass man sich deswegen ausruht, sondern sagt, ey, ich arbeite so hart und ich will hier wirklich was erreichen, ist halt super wichtig, weil wenn man jetzt das Selbstbewusstsein nicht hat und sagt, oh ja, jetzt kriege ich einen Pass zugespielt und gleich, keine Ahnung, habe ich wieder Angst, dann spielst du natürlich einen Fehlpass, aber wenn du da mit Selbstbewusstsein reingehst, einen guten ersten Kontakt, das ist natürlich super wichtig. Das ist das Ding. Deswegen finde ich super, sehr gute Message. Dann abschließend eine Frage für den nächsten Podcast-Gast, steht noch nicht fest, genau, was würdest du gerne wissen vom nächsten Podcast-Gast? Steht noch nicht fest, wer es ist? Muss ich jetzt überlegen. Wenn du es nicht auf die Schnelle machst, können wir auch gerne es sonst als Sprachnachricht nochmal nachreichen, dann kannst du dir nochmal Gedanken machen, dann machen wir das so. Machen wir so. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, Justin. Kein Ding. Super Geschichte. Vielleicht kann man da in Zukunft nochmal, wenn du da deine Geschichte weitergeschrieben hast, nochmal ein kleines Update machen. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle Zuhörer, danke für den ganzen Support. Denk dran, fünf Sterne auf Spotify ist immer key, damit wir immer weiter auch neue Hörer dazu gewinnen, um diese inspirierenden Storys zu teilen und großes Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.